Servus zusammen, hier ist wieder der Admiral und willkommen zum weiteren Video. Heute gibt es die vierte Folge meines Scenarios-Formates, das heißt es gibt wieder fünf Situationen für euch und ihr müsst entscheiden, wie man diese Situation am besten überleben könnte. Falls euch das System noch unklar sein sollte, weil ihr die letzten Folgen vielleicht nicht geschaut habt oder erst seit kurzem auf dem Kanal dabei seid, dann werde ich das Ganze hier natürlich nochmal kurz erklären. Wie gesagt, es gibt fünf Situationen und für jede Situation biete ich jeweils vier Auswahlmöglichkeiten an. Und ihr müsst euch dann entscheiden, welche dieser Auswahlmöglichkeiten wohl die erfolgsversprechendste ist und dementsprechend könnt ihr dann rechts oben bei einer Abstimmung teilnehmen und hier euer Ergebnis eintragen und dieses mit den anderen Zuschauern vergleichen. Zusätzlich gibt es dann natürlich am Ende auch noch ein Zusatzszenario, dort werde ich dann keine Antwortmöglichkeiten liefern. Stattdessen müsst ihr selber eure eigenen Antwortmöglichkeiten in den Kommentaren da lassen und unter allen richtigen Antworten in den Kommentaren werde ich dann ein Hellfighter-Paket für Battlefield 1 verlosen. Dazu aber später mehr, wenn wir nachher zum Zusatzszenario kommen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los und zwar zuerst mit der Auflösung des Zusatzszenarios aus der dritten Folge. Falls ihr euch noch erinnern könnt, hier flogen wir mit einem Angriffsflugzeug auf der Karte Giant Shadow und verfolgten gerade einen Fighter. Dieser machte einen riskanten Looping, der für ihn kein Problem darstellt, da er relativ wendig ist. Wir allerdings mit unserem trägeren Angriffsflugzeug hatten da schon größere Probleme. Von daher stellte sich hier die Frage, schaffen wir diesen Looping oder sollten wir das Flugzeug lieber verlassen und unser Leben retten? Und hier seht ihr die Auflösung, den Looping schaffen wir, wir müssen also nicht ausspringen, es war zwar relativ knapp, doch wenn man eben ein gutes Augenmaß beweist und vielleicht ein wenig Erfahrung mit der Fliegerei hat, dann wird man hier erkannt haben, dass man diesen Looping schaffen kann und das haben auch die meisten Leute in den Kommentaren geantwortet. Soviel zur letzten Folge, dann kommen wir jetzt zum ersten Szenario. So, gespielt wird heute Rush auf Narbe von San Quentin als Angreifer. Wir sind im FT-17 Flankierpanzer unterwegs und rücken gerade zusammen mit unserer Infanterie vor. Wir können diese rechts beobachten, wie sie gerade dabei sind, ein Objective zu platzieren und nehmen uns selber vor, dass wir etwas weiter vorstoßen, um den Gegnern den Weg zum Objective abzuschneiden. Doch plötzlich greift uns ein Panzer aus dem Hinterhalt an und wir fragen uns, wie können wir diesen Panzer besiegen bzw. wie überleben wir diesen Hinterhalt? Option Nummer 1, wir zeigen keine Scheu und fahren direkt auf den Panzer zu, um diesen direkt anzugreifen, da wir im Vorteil sind. Option Nummer 2, wir fahren möglichst schnell nach rechts zu unseren Kollegen, da diese uns helfen können. Option 3, wir ziehen uns schnell zurück, um den Panzer zu retten, da der Gegner hier im Vorteil ist und wir keine Chance haben, diesen Fight zu gewinnen. Oder Option 4, wir ziehen uns erst ein wenig zurück und schlagen dann aus sicherer Deckung zurück, um den gegnerischen Panzer niederzustrecken. Und natürlich gibt es auch in dieser Folge pro Szenario wieder einen Tipp und diesmal gibt es den Tipp, schau dir an, welches Setup du selber benutzt und welches der Gegner hat und rechne dir damit deine Chancen aus. Gut, dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Option 1 ist wirklich keine gute Idee, da der Panzer dir bereits gut Schaden angerichtet hat und dich in einem offenen Duell sicher besiegen würde, da er hier auch die bessere Variante des Tanks fährt. Denn du hast mit deinem Flankierpanzer eben eine Variante, die eher gegen Infanterie effektiv ist, er jedoch hat ein großkalibriges Geschoss, womit er dich sehr leicht zerlegen kann. Option 3 ist natürlich eine Option, ist allerdings relativ feige und hiermit lassen wir zu, dass unser Team von dem gegnerischen Panzer aufgerieben werden kann. Und das möchten wir natürlich nicht, wir wollen ja das Objective verteidigen und die Runde gewinnen und deswegen ist es wichtig, dass wir den Panzer hier nicht in Ruhe lassen, sondern eben zuschlagen. Aber auch Option 2 ist nicht die beste Wahl, da die Teamkollegen hier nicht in der Lage sind zu helfen, denn sie sind gerade selbst mit der Infanterie beschäftigt und zum größten Teil, wie man sogar in der Squad-Anzeige sehen kann, sind die Teamkollegen hier Medis, die natürlich nichts gegen den Panzer unternehmen können. Option 4 ist somit die richtige Wahl. Zieht man sich erst ein wenig zurück und greift den Panzer dann aus der Deckung an, kann man das Blatt zu seinen eigenen Gunsten wenden. Hierbei ist es wichtig, dass ihr dem Gegner möglichst wenig Angrifffläche bietet. Das heißt, ihr fahrt immer ein Stück vor, schießt einige Mal auf den Gegner und verschwindet wieder hinter der Deckung, bevor er überhaupt euch im Visier haben kann, um abzudrücken. Und nachdem ihr den Panzer auf diese Art und Weise besiegt habt, könnt ihr dann weiter vorrücken und euren eigentlichen Plan verfolgen. Das heißt, ihr könnt der gegnerischen Infanterie den Weg zu euren eigenen Soldaten abschneiden und somit das Objective erobern. Szenario Nummer 2. Wir spielen Kriegstauben auf der Karte Amion. Als Setup haben wir dabei die Automatiko und als Gadgets das Dynamit und die AT-Granaten. Wir sind gerade dabei, eine Gasse zusammen mit einem verbündeten Sanitäter von Gegnern zu bereinigen, als plötzlich der verbündete Taubenträger hinter uns fällt. Wir laufen natürlich sofort zur Taube, heben diese auf und fragen uns nun, wie bringen wir uns nun in Sicherheit, um die Taube freizulassen. Erste Option. Wir drehen um und rennen zur anderen Seite der Gasse, dort wo wir eben noch den Soldaten getötet haben. Option 2. Wir drehen uns erneut um, rennen diesmal allerdings gleich rechts in die Seitengasse, um uns hier in Sicherheit zu bringen. Option 3. Wir drehen nicht um, sondern rennen mit der Taube zusammen nach rechts zu unseren Teamkollegen, um dort von den Teamkollegen beschützt zu werden. Oder Option 4. Wir rennen nicht nach rechts, sondern nach links und lassen uns von unseren Teamkollegen Deckungsfeuer gehen. Und der Tipp, den ich euch hier geben kann, lautet, achtet auf die Minimap. Gut, dann kommen wir zur Auflösung. Option 4 ist hier vollkommener Schwachsinn, da hier keine Teamkollegen sind, die uns schützen können. Zudem seht ihr auf der Karte hier einen Totenkopf, der uns natürlich anzeigt, dass hier gerade ein Teamkollege verstorben ist. Heißt, hier müssen sich Gegner befinden und diese Gegner können natürlich auch dich töten. Option 1 ist auch nicht optimal aus ähnlichen Gründen. Hier sind zwar Squadkollegen in der Nähe, allerdings ist auch hier gerade jemand gestorben, wie man am grünen Totenkopf erkennen kann. Heißt, auch hier sind Gegner und auch hier sind wir nicht sicher. Option 3 ist durchaus eine Option, allerdings relativ riskant und mit der aktuellen Bewaffnung nicht unbedingt schlau, da die Kollegen hier auf Gegner schießen, die sich scheinbar etwas weiter entfernt befinden. Und mit unserer Automatiko können wir auf große Entfernung wenig ausrichten und von daher ist hier Option 2 die beste Wahl. Da die Seitengasse auf der Minimap als frei angezeigt wird, können wir zumindest davon ausgehen, dass hier nicht zu viele Gegner sein dürfen. Außerdem kann sich hier das Potenzial unserer Automatiko perfekt entfalten, da wir eventuelle Gegner in der Nahkampfsituation einfach perfekt wegmähen können. Das heißt, hier können wir am besten hinrennen, um die Taube hier in Sicherheit zu bringen. Szenario Nummer 3. Wir spielen weiterhin die gleiche Karte mit der gleichen Ausrüstung und natürlich spielen wir auch weiterhin Kriegstauben. Nach unserer letzten erfolgreichen Rettung der Taube hat unser Team punkten können und es fehlt nur noch ein einziger Punkt zum Sieg. Diesmal spawnt die Taube direkt hinter uns, wird kurzzeitig von den Gegnern aufgehoben, kann dann jedoch von unserem Team gesichert werden. Nun haben wir die Taube und stellen uns die Frage, wie überlebe ich und lasse die Taube dabei noch erfolgreich frei, um meinem Team den Sieg zu bescheren. Erste Option. Wir warten in dem Haus, bis die Nachricht fertig geschrieben ist, um dann einfach zur Tür rauszurennen und die Taube möglichst schnell frei zu lassen. Option 2. Wir töten die Gegner, die an der Tür auf uns warten mit Sprengstoff und lassen die Nachricht währenddessen passiv weiterschreiben. Option 3. Die Nachricht nicht schreiben lassen, sondern erstmal nach hinten durch die Fenster abhauen, da man hier überhaupt nicht sicher ist und das Haus jederzeit von den Gegnern überrannt werden konnte. Oder Option 4. Die Nachricht fertig schreiben und dann hinter uns aus dem Fenster springen und dort die Taube freilassen. Tipp, überlege dir genau, wo sich die Gegner gerade befinden und bedenke, dass diese dich dauerhaft auf der Karte, aber auch im HUD sehen können, da du die Taube trägst. Dann kommen wir zur Auflösung. Option 2 ist hier leider keine Option. Zum ersten riskiert man damit unnötig sein Leben und hantiert damit Sprengstoff herum, was wirklich nicht die beste Idee ist. Und zum zweiten ist das Schreiben der Taube auch während der Bewegung extrem langsam, weswegen es noch deutlich länger dauert, bis wir die Taube fertig geschrieben haben und den Gegnern so noch mehr Zeit geben, unser Haus zu überrennen. Option 3 ist ebenfalls nicht besonders raffiniert, da dich die Gegner natürlich sehen können. Heißt, springst du nun aus dem Fenster hinter dir und rennst in eine Region der Karte, die du überhaupt nicht überblicken kannst. Hast du keine Teamkollegen, die dir helfen können und die Gegner wissen, wo du bist, du weißt allerdings nicht, wo sich die Gegner befinden. Das hört sich nicht nur scheiße an, das ist auch scheiße und deswegen machen wir das auch nicht. Option 1 ist prinzipiell nicht blöd, allerdings ist der Abschluss hier falsch, denn an der Tür warten definitiv mehrere hungrige Mäuler, die dich gerne zerfleischen möchten. Und das ist nicht besonders optimal, wenn man die Taube freilassen möchte. Deswegen ist Option 4 hier die beste Wahl, beziehungsweise die, die am erfolgsversprechendsten ist. Zuerst bist du hier im Haus mit deinen Teamkollegen eigentlich relativ sicher. Du hast einigermaßen gute Deckung und kannst mit deiner Automatikur das Haus auch relativ gut verteidigen. Ist die Nachricht dann fertig geschrieben, springst du einfach ganz schnell hinter dir aus dem Fenster und lässt die Taube frei, sobald du auf dem Boden aufkommst. Und schon ist das Match gewonnen. Szenario Nummer 4. Gespielt wird Eroberung auf Krieg im Ballsaal und zwar als Kavallerist, beziehungsweise Reiter. Du reitest gerade auf die A-Flagge zu, als du plötzlich einen MG 0815-Wachsoldaten siehst. Du versuchst diesen Wachsoldaten anzugreifen, schaffst es jedoch nicht und er kann sich in das Haus verdrücken. Du reitest nun also um das Haus herum und möchtest diesen Wachsoldaten unbedingt töten, da er das Einnehmen der Flagge natürlich unmöglich macht. Du reitest also wiederum ums Haus herum und stehst dann plötzlich vor ihm, die Entfernung beträgt ca. 20 Meter. Die Frage ist nun, wie tötest du diesen Wachsoldaten und ermöglichst damit deinem Team, diese Flagge zu erobern. Erste Option, einfach draufrennen und den Wachsoldaten mit der Lanze niedermachen. Option 2, nach rechts reiten und schnell in Sicherheit bringen. Dann steigst du ab und greifst sie mit der Primärwaffe an, da du auf dem Pferd zu angreifbar bist. Option 3, du wirfst zuerst deine zwei Anti-Tank-Granaten auf ihn und reitest dann weg und wendest dich anschließend lieber einer anderen Flagge zu, da du gegen einen Wachsoldaten als Kavallerist einfach keine Chance hast. Oder Option 4, du drehst um und reitest nach hinten und steigst dort in den Panzer deines Kollegen ein, um damit den Wachsoldaten zu eliminieren. Der Tipp, den ich euch hier geben kann, lautet, bedenke, dass der Wachsoldat 200 Schuss im Magazin hat und nicht davor zurückschreckt, diese in deine Richtung abzugeben. Gut, dann kommen wir zur Auflösung. Option 2 ist hier nicht besonders klug. Ein Kavallerist hat ohne sein Pferd sein Ass im Ärmel verloren und kann gegen einen Wachsoldaten wirklich nichts ausrichten und hat dementsprechend auch keine realistische Chance, diesen Zweikampf zu gewinnen. Option 3 ist ebenfalls nicht richtig. Zwar sind Granaten generell eine gute Idee, allerdings ist es relativ unwahrscheinlich, dass du ihn damit zur Strecke bringen wirst. Und wegreiten ist natürlich überhaupt gar keine Option, da die Infanterie weiter auf die Flagge zurückt und du diesen Wachsoldaten besiegen musst, bevor er deine eigene Infanterie über den Haufen ballert. Und Option 4 mag zwar nicht verkehrt klingen, ist allerdings zu feige und vor allem zu unsicher. Mit dem Pferd hast du eine starke Waffe gegen den Wachsoldaten, die du somit komplett aufgibst. Außerdem steht nicht mal fest, dass im Panzer überhaupt Platz ist und wenn du zum Panzer erst hinreitest, um dann festzustellen, dass da gar kein Platz drin ist, dann hat sich der Wachsoldat sicherlich schon wieder ins Haus verdrückt und wird dort auf deine Infanterie warten. Somit ist Option 1 die richtige Wahl. Da es sich hier um einen MG 0815 Wachsoldaten handelt, ist dieser für dich jetzt gerade nicht besonders bedrohlich. Er hat zwar eine hohe Munitionskapazität, Feuerrate und Schaden halten sich jedoch vollkommen im Rahmen. Von daher kannst du vollkommen risikofrei auf ihn zureiten und ihn mit deiner Lanze streicheln. Oder zumindest so ähnlich. Szenario Nummer 5. Wir spielen weiterhin Eroberung auf Krieg im Ballsaal, sind jetzt allerdings nicht mal als Kavallerist unterwegs, sondern befinden uns momentan im Spawnmenü, da wir gestorben sind. Wir beobachten, wie unser Zeppelin, also unser Behemoth, von einem gegnerischen Anti-Air-Truck zerrupft wird. Da wir uns im Klaren darüber sind, dass das Behemoth unsere letzte Chance ist, diese Schlacht noch zu gewinnen, wollen wir das Ruder selbst in die Hand nehmen. Zufällig wird gerade ein Flugzeug frei und wir fragen uns, wie schalten wir diesen Truck am besten aus und retten unser Behemoth vor der Zerstörung. Erste Option. Wir steigen selber ins Behemoth ein und greifen den Truck von der HE-Kanone aus an. Option 2. Wir steigen in den schwereren Ilya-Bomber. Option 3. Wir wählen das Angriffsflugzeug mit dem Panzerjäger-Setup. Oder Option 4. Wir nehmen kein Flugzeug, sondern warten auf einen geeigneten Panzer, da dieser einen größeren Vorteil gegenüber dem Anti-Air-Truck bietet und von diesem nicht wirklich zerstört werden kann. Der Tipp, den ich hier geben kann, ist, beachte, dass der Zeppelin bald zerstört sein wird und überlege dir, wie man den Truck am besten angreifen kann. Vor allem schaue auf die Karte und beachte, dass der Anti-Air-Truck an einer sehr offenen Stelle steht. Gut, dann kommen wir zur Auflösung. Option 4 ist hier leider keine Option. Normalerweise keine dumme Idee, da der Anti-Air-Truck wirklich nichts gegen einen Panzer unternehmen kann. Jedoch ist hier Zeit gerade knapp und deswegen ist es notwendig, dass wir definitiv ein Flugzeug nehmen, da dieses gerade vorhanden ist und ein Panzer sicherlich noch einige Sekunden oder sogar Minuten auf sich warten lassen wird. Option 3 ist nicht unbedingt falsch, aber ungünstig. Das Panzerjäger-Setup ist zwar gut gegen Panzer und natürlich auch gegen Trucks, an der jetzigen Position steht dieser allerdings relativ offen und von daher kann es sein, dass er dich relativ schnell angreift. Und als Angriffslugzeug ist man nun mal sehr schwach geschützt und von daher ein leichtes Ziel. Zudem kann es sein, dass man den Panzer mit diesem Panzerjäger-Setup nicht beim ersten Anflug zerstört und sollte der erste Anflug nicht tödlich sein, wird der Anti-Air-Truck dich natürlich besonders erwarten und zerstören, bevor du ihn ein zweites Mal angreifen kannst. Und auch Option 1 ist hier nicht unbedingt die beste Wahl, da man vom Behemoth aus zwar definitiv Chancen hat, den Truck zu zerstören, dieser wird dieses allerdings relativ schnell bemerken und wird dann einfach eure Gondel zerschießen, um euch eben loszuwerden. Option 2 ist somit meiner Meinung nach die richtige Wahl, besonders in dieser Situation. Normalerweise sollte man den leichten Bomber auch nehmen können, um diesen Truck zu one-hitten, jedoch steht dieser gerade recht offen und daher ist ein guter Anflug schwierig. Daher geht man lieber auf Nummer sicher und wählt die höhere Sprengkraft und somit den Ilja-Bomber. Gut, soweit die 5 normalen Szenarios und jetzt kommen wir zum 6. also zum Zusatz-Szenario. Und wie gesagt, hier gibt es keine Auswahlmöglichkeiten, ihr müsst euch also selber ausdenken, was hier die beste Reaktion ist und müsst dann einen Kommentar schreiben, um eure Antwort zu präsentieren. Eure Antwort schreibt ihr bitte bis zum 18.10., das ist morgen um 18 Uhr in die Kommentare und unter allen richtigen Antworten verlose ich dann ein Hellfighter-Erweiterungspaket für Battlefield 1. Das Ganze werdet ihr mit einem Code zugesandt bekommen, wenn ich euch per Zufallsgenerator auswähle. Gut, dann kommen wir auch schon zum Zusatz-Szenario und zwar ist es so, dass wir hier die Situation aus dem ersten Szenario nochmal aufgreifen. Heißt, wir sind immer noch als FT-17-Flankierpanzer unterwegs und haben den feindlichen Panzer gerade zerstört. Nun wollen wir die feindlichen Linien durchkreuzen und damit die gegnerische Infanterie daran hindern, unsere Soldaten anzugreifen, um das Objective zu entschärfen. Doch plötzlich bemerken wir etwas und bleiben deswegen stehen. Es stellt sich die Frage, was habe ich gerade gesehen und vor allem, was werde ich nun tun? Gut, das war es dann soweit auch schon von diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie immer könnt ihr mir gerne Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren da lassen und natürlich gilt wie immer, dass das hier meine Meinung ist. Wenn ihr also anderer Meinung seid und der Meinung seid, dass bei einem Szenario eine andere Antwortmöglichkeit die bessere Wahl wäre, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare und dann können wir gerne darüber diskutieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in den nächsten Tagen bei einem weiteren Video. Ciao! 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 Vielen Dank.